Zum Schlaf! Ah! Ja! Was? Was? Prozent. Oh, wenn der reingeht. Oh mein Gott! Was geht ab, Freunde? Was geht? Gar nix. Freunde, heute haben wir eine neue Fußball-Golf-Challenge für euch. Aber nicht normal, Leute. Heute ist es wieder crazy, crazy. Wir drehen am Rad. Wir haben das Glücksrad vorbereitet, Freunde. Oh mein Gott, 10.000 Likes. Okay, dreht was ein Zufall, Freunde. Hier stehen auf jeden Fall einige Handicaps, Twists, kann man sagen, drauf. Verrückte Sachen, ey. Ja! Es wird verrückt. Twisty! Heute entscheidet das Glück, wenn diese Challenge gewinnt. Ja. Oder der Skill, das Rad zu drehen. Ja, genau. Du hast gebrochene Finger, deswegen kannst du nicht drehen. Dann fangen wir an. Wir spielen einmal über den kompletten Platz von einer Eckfahne zur weit entferntesten und den anderen. Und ich liebe euch alle. Let's go! Go! Also hier ist der Start, Freunde. Und wir müssen einmal ganz da rüber. Aber das Rad wird es uns nicht so einfach machen. One, two. Zum Start. Jetzt müsstest du zum Beispiel wieder von hier anfangen. Gut, dass wir gerade erst anfangen. Okay, zum Start hat jeder einen frei. Wir müssen erstmal alle natürlich unseren ersten Shot machen. Du musst erstmal aufs Feld kommen, Freunde. Und dann gleich ab dem zweiten Schuss wird am Rad gehen. Holzt die Fänge an. Warte, was ist das denn hier? Der ist auf der Linie. Das ist nicht so. Nice. Schummel doch nicht. Junge, der berührt doch nicht. Sei doch nicht. Schnelle Ecke, Origi. Ist jetzt schon nervös. So schlecht. Bin ich mit zufrieden? Junge, der liegt gut. Der liegt gut. Ja, schauen wir mal, was du gleich drehst. Wenn ich Ball tausche, dann bin ich weg. Ehre mit gebrochenen Finger. Das fehlt ein bisschen mehr weg. Dann wünsche ich dir schon den Ball drauf jetzt. Der liegt viel besser als deine Versuchung. Spadinho ist dran. Spädi! 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 Späzi! Weißt du, Späzi? Ah! Ich weiß, was er vorhat. Sag dir, ich mache den direkt rein. Weißt du warum? Weil Alfonso hat mir gezeigt, wie das geht. Was macht der denn jetzt hier? Was sagen Sie zu dem Schuss? Ah, ein bisschen zu wenig Kraft. So, Freunde, da liegt Loco, da liegt Hazelinho und da hinten in der Ecke liege ich. Ah, da liegt Loco. Und ganz da hinten ist Beidie. Guck mal Auge. Balltauschen. Ball. Er muss jetzt den Ball tauschen. Er muss sich einen anderen Ball nehmen. Eigentlich wollte ich das, Alter. Ich tausche mit Hazel. Der hat mir den so schön vorgelegt hier. Und dann nehme ich einfach den Ball und schiebe den rein, oder? Du Ratte. Es ist schon möglich, jetzt auszumachen, aber ist das auch für mich möglich? Nein. Grüß. Ho, ho, ho. Leicht. Leicht. Leicht, bleib zu weit, zu weit, zu weit. Nein, nein, bleib zu liegen, bleib zu liegen, Bruder. Leicht zu weit, zu weit, zu weit. Ziel zu weit. Der war schon so locker, Alter. Ah, komm schon raus. Schwasser Fuß. Okay. Es ist machbar für gute Fußballer. Hey, der ist gut. Der ist gut. Nee, der ist windmacht Auge. Oh, oh, da muss gleich einer Ball tauschen oder wegschießen. Das ist gefährlich. Macht alle bitte positives Auge, dass ich Balltausch kriege. Komm, Witze, 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 Witze. Darauf basiert dein ganzer Plan, oder? Uh, anderer schießt auch noch. Oh mein Gott. Jetzt meine ganze... Okay. Na, Leute, warum pokere ich, Mann? Ich kann doch nicht pokern. Und jetzt darf einer von denen meinen Ball schießen. Also, ich versuche, den da aufs Netz, oben aufs Tor zu schießen. Ach so, Schande. Na gut, liegt jetzt trotzdem nicht unbedingt gut. Mit diesem Schuss werde ich alles beenden. Aussetzen, aussetzen. Heute ist dein Tag. Aussetzen. Das ist die Premiere. 10.000 Lauf! Hey! Und jetzt kommst du zum Start. Zum Start. Zum Start. Zum Start. Zum Start. Oh mein Gott! Was? Was? Da hat er dran? Das war echt... Egal, aussetzen. Egal, aussetzen ist auch gut. Boah! Es war so knapp. Es war ja wirklich so... Auge, Auge, Auge! Auch aussetzen. Aussetzen. Moinsie, das ist meine Chance gleich. Loco kann ausmachen werden jetzt. Zum Start. Zum Start! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und weg auf. Ich will eigentlich nur Ball tauschen. Zum Start! Yeah! Wow! Yeah! Mein Ball hat sich nicht von da hinten weg bewegt. Kein Auge! Anderer schießt. Ja! Ja! Juhu! Juhu! Weg mit deiner Ehre, Alter! Lass ihn in die Baustelle da lupfen. Junge, du darfst dich jetzt revanchieren. Der durfte deinen Ball auch wegschießen. Liegt eh komplett kacke, aber... Ist ja klar vor dem, der ist doch beitauschen. Ich muss ihn jetzt... Ich muss ihn jetzt wegschießen. Ja! Oh, Schade! Der Einzige, der noch da drüben ist, in Nähe. Aber nicht mal mit meinem eigenen Ball. Mit meinem Ball? Wenn der jetzt beitauscht kriegt, dann welchen muss er dann tauschen? Ja, du musst es dann tauschen, ne? Oh! Zum Start! Ja! Wir sind fast alle wieder beim Start. Ja, da seht ihr Leute, es bringt nichts, sich anzustrengen. Wir drei sind alle wieder am Start und ich habe wenigstens meine Kräfte geschont. Ja, Sam Klaas, wir sind am Start! Ja, seid ihr auch am Start, Leute! Mal sehen, ob er wieder die gleiche Taktik fährt. Das war, glaube ich, überhaupt nicht clever. Wechsel ein Vergleich mit irgendeinem. Es ist doch eh egal, Mann! Macht echt, es ist echt egal, was man macht. Ist eigentlich egal. Du kannst jetzt einen guten Schuss machen, einen schlechten. Du kannst nur auf First Fight. Du kannst auch gar nichts machen. Du gehst Richtung Tor. Oh, der ist gut! Oh! Du bist der Mensch vor, aber der kommt gut. Wahrscheinlich habe ich dir jetzt perfekt vorgelegt für einen von euch. Extra-Schuss! Huhu! Was? Nein, Extra-Schuss! Nein, nein, hör auf! Extra-Schuss! Jawoll! Extra-Schuss! Die Füße waschen, bevor du den schießt. Ich mache First Try, Alter. Aber was anderes bleibt mir nicht möglich. Bleibt mir nicht möglich. Das ist ja gar nichts! Das war echt nicht schlecht. Das ist ja wirklich gar nichts. Aussetzen! Anderer! Ich glaube, der Umle Bumle hätte Bock, deinen Ball zu schießen. Hab ich gehört. Weil Loco hat gebrochene Finger. Willst du den jetzt echt hier so mobben? Echt? Alter! Du willst jetzt echt Loco's Ball wegschießen? Das wäre nicht gut für deinen Karma sein. Deswegen werde ich nicht ganz so gemein sein. Ich werde dir nur so ein bisschen hier an. Hier so. Ja, okay. Ich glaube dir. Ich glaube dir auch. Zu 100 Prozent. Der Held hat sein Wort! Der Held hat sein Wort! Und so, ey! Boah, das war... Ha! Das ist der Karma! Ich sagte das nicht wieder! Der Karma! Deswegen war doch extra, Bruder! Ey, wir lassen den nicht. Ich hab ja gesagt. Mein Ball liegt das erste Mal gut. Äh, hoffentlich... Zum Start! Macht das Glücksradort! Zum Start! Andere! Extraschuss! Kannst du einfach beenden, Alter. Zwei Schüsse habe ich jetzt. Der zählt nur als einer. Ja. Zwei Mal lassen Sie schießen. Der Druck ist zu groß! Da liegt der Ball. Da ist das Ziel. Und er hat auch noch zwei Schüsse. Der Easy Win. Ey, wenn ich jetzt den so perfekt davor lege... Und dann kriegt Hazel den Beiwechsel. Oh mein Gott! Das ist zu verwirklich. Aber Hazel schafft das dann nicht. Ich geh auf Risiko. Krass! Okay, da bleibt er liegen, Freunde. Wer hast du noch einen? Aber er hat noch einen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wenn er gleich Balltausch kassiert, dann ist komplett vorbei. Komm schon, bitte kein Balltausch. Bitte kein Balltausch. Zurück zum Start. Zurück zum Start. Schwacher Fuß. Ja, wir hatten ja meinen. Wir hatten ja einen Balltausch. Ey, das ist das erste Mal, ich stehen jetzt Spiele, ne? Seit einer halben Stunde. Hier, warte. Ich muss kurz berechnen. Guck mal, der wird mit rechts schießen. Du schießt mit rechts, oder was? Ja. Was macht der Junge? Da steckt ein büßer Plan hinter. Antizipierst du auch. Da steckt ein Plan hinter dem Zaun. Hinter dem Zaun, ist der das? Ja. Ist der durch den Zaun durch, oder was? Ja, genau. Das war Matrix. Jetzt werdet ihr alle lachen, aber gleich werdet ihr alle sagen, aha. Gleich lachen wir immer noch. Wo liegt dein Ball überhaupt? Oh, der liegt echt gut. Wieso liegt der denn jetzt auf einmal, oder? Der Wind auch wahrscheinlich. Der lag doch eben hier. Der Wind, Alter. Ja, okay. Der Wind. Okay, okay. Windbonus, Windbändiger. Zum Start. Anderer schießen. 15.000 Likes. Ganz ruhig. Du wolltest schon mal die Likes haben, weil das so ein geiles Spiel ist. Auch Schacherhutsch. Ihr kennt heute die schwachen Füße, Alter, wer es so gibt. Ich hab keine schwachen Füße, das kann man so sagen. Ja. Oh, ey, ey, der dreckige. Der liegt genau. Wenigstens kann der Lukas, glaube ich, nicht so einfach jetzt ausmachen. Geh du doch weg. Oh mein Gott. Ab zum Start. Ich weiß nicht, ob diese Challenge jemals endet. Wir wollten erst mehrere Durchgänge spielen. Zum Start. Oh, oh, oh. Jetzt bin ich der Einzige noch da vorne, ja. Mal wechsel und dann bin ich der Sieger. Nein, ich bin. Extraschuss. Anderer. Also, eigentlich liegt der schon so unfassbar schlecht. Wir packen den da noch ein bisschen weiter in die Brennnessel. Oh, sorry. Warte, ich fahre mir selber die Brennnessel vor meinem Fuß. Pass auf, wenn ich verletzen lasse. Achoo! Achoo! Weg ist er. Ich glaube, wenn die Brennnessel. Alter. Oh, der ist ja komplett weg. Du bist ein schlechter Mensch. Wenn es Karma gibt, dann kriegst du gleich Ballsausch. Karma existiert, Bruder. Start! Ja! Ey, das gibt es nicht. Start! Wir werden diese Challenge nicht zu Ende spielen können so. Diese Fußball-Golf-Challenge endet nie. Wollen ihr jetzt das Ende sehen wollen, Leute, lasst euch einen Like da, Mann! Das ist gar nicht mehr so schlecht. Digga, der könnte nicht ... Das ist zu weit. Der ist zu weit. Oh, die Juge, Alter! Womit dachte ich echt ... Digga, war der war echt unnormal gut. Okay, Lukas auch wieder vom Start, man kennt ihn. Oh, der ist hoch. Das ist doch eh egal, Junge! Das ist doch eh egal! Komm, hier aussitzen! 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 Ball tat! Ohhhh! Ich glaube, Locus liegt besser. Guck mal, der hat so freie Schussball. Locus Ball nehme ich. Loco, was sagen Sie dazu? Der wird es aber trotzdem verkacken. Dann kriege ich nochmal Balltausch und dann gewinne ich wieder. Oh, dein Ball! Ja, wunderbar. Das war so schlecht hier. Da sind so zwei Stangen, ne? Dann triffst du die, dann fällt das ab. Da hinten so ein Brennnis hinten. Ja, ich tausche gleich nochmal zurück. Also warte, um das festzulegen. Er muss, er muss da drin liegen bleiben. In dem Dreieck. Ja. Er darf die Linie berühren, aber er muss mit der Aufliegefläche drin sein. Denk da, du hast jetzt Gegenwind. Ohhhh! Mein Gott! Da darf jetzt kein Balltausch kommen. Vielleicht ein anderer schießt. Also, wenn du jetzt Glück hast, dann kriegst du Balltausch, Alter. Das war mein Plan. Ja, wow, Alter. Das ist so schlecht wie ein Schlechter. Festschrauben. Ist okay für mich, dann muss ich mich in die Brenne stellen. Aussetzen! Balltausch. Ball! Oh mein Gott! Der hat einfach Balltausch. Du hast Balltausch. Aber welchen Ball nimmst du? Du hast echt Balltausch? Ja. Oh mein Gott. Das ist eine Ratte, Alter. Aber die Fahne ist ein bisschen im Weg, ne? Ja, du wirst das nicht schaffen. Das ist schwierig, Loco. Oh mein Gott. Loco, nicht nervös werden. Nicht zu wenig Kraft, lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Können wir den kurz muten? Ja! 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 Oh mein Gott! Er hat ihn rausgeredet. Es ist dein Ball noch. Nein, es gibt es wieder Balltausch. Das gibt es noch nicht. Und jetzt kriege ich Balltausch und nehme dann Hazels Ball der Hilfe. Oh mein Gott. Das ist mein Ball. Dein Ball liegt auch nicht schlecht. Wenn du zwei Schüsse kriegst. Aussetzen. Extraschuss. 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 Auch gut. Okay, auch nicht schlecht. Jetzt mit zwei Schüssen den da reinmachen. Es muss doch wirklich sein. Ja! Ey, er wird wieder zurück, Freunde. Das macht der Junge doch. Kann ich widerstehen? Oh, wenn der reingeht? Nee! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt ein Balltausch. Jetzt Balltausch. 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 Ja! Aussetzt, aussetzt. Alter, Alter, Alter. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Welchen Ball nimmt der jetzt, ist die Frage. Boah, ich sag dir ehrlich. Ich nehme den von Loco. Echt? Ja. Beruhige dich doch mal. Nicht nervös werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kann man so schlecht sein? Get down, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er liegt schlechter als Blumen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es wird eingehen in die Geschichte von Wurzweigold. Ich bin da dran. Ich bin da dran. Oh mein Gott. Du musst den Spideys Ball weghauen. Ja, ich muss versuchen. Spideys Ball muss ich weghauen. Ja, warte. Warte, warte. Der ist ja nichts dran. Ach du. Das ist genau aufgefallen, Alter. Ey, das schafft er nicht. Das schafft er auf gar keinen Fall. Weißt du, wer Spideys Ball ist, ne? Ja. Junge, versuch beide zu treffen. Ja. 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 Was ist denn das verhindern? Oh mein Gott. Schwacher Fuß. Ah, ah. Zu weit. Zu weit. Ey, keiner schafft das. Das ist so krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Unbedingt einen Balltausch. Alles andere macht keinen Sinn. Inshallah, Balltausch. Nein, hör auf damit. Balltausch, Balltausch, Balltausch. Balltausch ist jetzt in dieser Runde nicht drin. Schwacher Fuß. Oh Gott. Ah. Wir sind alle ready. Du bist nicht ready. War da schon eine Berührung? Sehe ich da schon eine Berührung? Hazel? Ready? Ready? Was? Was macht der denn? Der schießt den ja aufs andere Feld. Schenkulierst du auf den Balltausch, ne? Sie hat die einzigartige Chance, das jetzt zu beenden. Wenn er was Gutes sieht. Das ist noch ein extra Schuss. Wir sagen, aussetzen. Nicht mal mit zwei Schüssen macht er den. Anderer. Ja, moin, Alter. Wer schießt denn jetzt? Ich kann noch sagen. Wo soll ich den hinschießen? Ich würde sagen, versuch mal in den Zorn reinzudrehen. Ja, moin, Alter. Versuch mal in den Zorn reinzudrehen. Oh, Mann. Und weg ist der Mann. Hey, hey. Jawohl! Oh, Mann. Ach Gott. Gib mal einen Extraschuss. Anderer. Anderer. Schwacher Fuß. Da ist jetzt wieder ein Matchball, ne? Ja. Der zählt. Oh, breit. Oh, Eckpfad. Oh, 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 oh. Der zählt. Der zählt, oh mein Gott, der zählt. Das hat's gemacht, oh mein Gott, wir waren alle so krass mal bereit. Das hat sich die ganze Zeit gedreht, Freunde, das war die krasseste. Lass unbedingt ein Like da, das hat so lange gedauert, das hat so Spaß gemacht. Schaut bei den Jungs vorbei, hier mit gebrochenen Fingern, was? Ein Aaron-Jong? Nein, nein, nein. Schaut bei den Boys vorbei, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Challenge. Jeden Sonntag, jeden Sonntag WG! Tschau!